hallo meine lieben zuschauer herzlich willkommen zu diesem rennsamstag heute sim racing in autopolis einmal mehr in japan mit den gruppe 3 fahrzeugen unterwegs exhibition serie nummer eins des manufacture clubs geht quasi hier weiter ja ich bin mit dem honda nsx gt 500 am start der ja leider durch das update von der power her so wie ich das gesehen ein bisschen runtergestuft wurde aber ich bleibe bei dem fahrzeug macht trotzdem immer noch spaß zu fahren wir werden mal sehen was der reifenverschleiß heute macht nach diesem update in gt7 wir haben zweifachen reifenverschleiß einfachen treibstoffverbrauch zehn runden müssen wir hier insgesamt fahren spannender weise haben wir alle reifenmischung zur verfügung auch die regenreifen hier in japan kann es definitiv auch regnen wir werden mal sehen was da passiert heute denn ja wir haben auch kein pflicht boxen stopp an der stelle also unterm strich freie reifenwahl und da gilt es natürlich die richtige wahl zu treffen ich hoffe dass ich die richtige die richtige mischung gewählt habe und wir werden gleich mal sehen was hier abgeht in autopolis ja meine lieben zuschauer sieht doch gar nicht mal so übel aus an diesem samstagmorgen p3 beziehungsweise startplatz nummer drei ich war erst auf p2 nach meiner ersten schnellen runde habe mich dann aber nicht mehr verbessert allerdings was mich gefreut hatte ich konnte meine performance vom freien training im qualifying abrufen und das klappt ja auch nicht immer von dem her bin ich mal gespannt was gleich abgeht regnet tut es nicht ich werde auf jeden fall auf den weichen reifen starten ich bin mir ziemlich sicher dass die durchhalten werden ja und dann schauen wir gleich mal was im rennen ab geht los geht's ja meine lieben zuschauer es ist schon wieder samstag feine sache runde drei heute wie gesagt in autopolis in japan der erste lot des tages ich bin echt gespannt hatte ich glaube das letzte vorletzte mal auch relativ glück aber was ich krass finde leute wir haben einen lambo auf der 1 stehen und auf zwei in ferrari und hinter mir ist auch noch mal glaubt ferrari und porsche und so weiter also die sind ja auch gut dabei wie gesagt hier ein deutscher fahrer im lambo auf der 1 auf der 2 in ferrari fahrer aus der türkei meine wenigkeit dann auf der 3 im honda nsx auf der 4 ein fahrer aus der ukraine im ferrari auf der 5 ein engländer im porsche auf der 6 ein fahrer aus portugal im porsche auf der 7 ein italiener im ferrari noch einer hier auf der 8 ein spanien einer corvette auf der 9 ein engländer im ford gt racecar daumen nach oben auf der 10 ein spanien peugeot auf der 11 ein fahrer aus porsche und das war es dachte wir seien 16 dem ist aber nicht so so ich bin äußerst gespannt leute ich hoffe auf ein gutes rennen ich hoffe auf eine gute erste runde und die erste kurve leute das ist ja immer so ein blind flug weil man nicht sieht wo kommt die kurve also man sieht schon aber ich befürchte dass sich da einige verbremsen werden ich hoffe es nicht aber drückt mir die daumen los geht's leute viel spaß beim zuschauen aber ich bin nicht sicher wie der sich verhält darum habe ich ihn besser mal ziehen lassen das erste war schon mit schwierigkeiten aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt super weg gekommen wir haben so viel schneller ist ja brutal p6 die borsche sind stark muss ich echt sagen die borsche sind stark muss ich echt sagen das erste runde drei plätze verloren 1,2 sekunden vorsprung zwei drei drei Untertitelung des ZDF, 2020 Puh, einen kleinen Fahrfehler gehabt der Portugiese. Aber die sind bis jetzt sehr fern miteinander umgegangen, die beiden, muss ich sagen. Oh, da hat es einen gedreht. Das war der Lambo auf der 1. Ganz schön am Ausbrechen, der Honda von mir. Runde drei Leute. P4 aktuell, aber der Porsche, der ist schon wieder neben mir. Oh, da vorne der Ferrari mit einer 4-Sekunden-Strafe hat der etwa den Lambo abgeräumt. Krass. Es ist ja wieder vorbei, der Portugiese. Ist aber auch stark unterwegs, muss ich echt sagen. Also wird einem nichts geschenkt, diesen Samstagmorgen. Aber deswegen bin ich auch nicht hier. So wie die fahren, Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf mittleren Reifen unterwegs sind. Glaube ich nicht. Da wurde der Ferrari abgebremst. Ja, und wenn ihr da an den Himmel guckt, hier in Japan, sieht nicht nach Regen aus. Auch okay. So, die TK ist ein bisschen hochgedreht, denn er wird ein bisschen unruhig, der Wagen. Gerade beim Rausbeschleunigen. So, Runde Nummer 4. P4 aktuell. Bist du in Fatal in Kurve 1? Bist du in Fatal in Kurve 1? Also, das ist ein bisschen hochgedreht. Bist du in Fatal in Kurve 1? 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 Bist du in Fatal? Bist du in Fatal in Kurve 1? Schlagabtausch hier um Platz 3. Das wird zunehmend rutschiger. Ja, man musste natürlich in den ersten drei Runden auch ordentlich pushen, muss ich echt sagen. Entschuldigung. Runde 5, P3 und 1,2 Sekunden Vorsprung auf den Portugiesen. Oh, jetzt ist er zurückgefahren auf B5, jetzt zeige ich den Fahrer aus der Ukraine hinter mir. Führende ist 4,3 Sekunden weg. Also ein Boxenstopp dauert ungefähr 17 Sekunden, ist eigentlich keine Option hier einen Boxenstopp einzulegen. Was war denn das? Das war ein krasser Leck, Leute, ich habe gerade gedacht, ich fahre dem drauf. Ich hoffe, ihr habt das im Video auch gesehen. Brutal. Ich habe das Herz kurz in die Hose gerutscht. Er hat auch Probleme mit dem Reifen. Also ich habe noch keine, aber man merkt auf jeden Fall, dass es anders ist als vorhin. Gelbe Flagge. Wir haben gelb, Leute. Wieder weg. An dem Führenden war es nichts. Oh, wer ist denn da vor mir? Das ist ein Überrundender. Denn ich habe über 6 Sekunden Rückstand auf dem Führenden. Runde 6, Leute. Keine Ahnung, warum da Geld war. Irgendwas war. Irgendwas war. Oh, da steht einer, ja. Der 15. war das, der Geld ausgelöst hat offensichtlich. Krass. Gut, dass die zwei sich da hinter mir da gerade ein bisschen duellieren. Schleckt mein Fehler, den ich da gerade hatte, nicht so ins Gewicht. Das wird echt rutschig. Schon wieder gelb. Der Führende. Der Führende draußen. Im Ferrari. Wo gibt's denn sowas? Krass. Und der war so weit weg von mir. Über 6 Sekunden. Und da geht in Führung, Leute. Au larm. Der gathered bis 8 Sekunden. Oh, ja, hier war es. Ich habe ein. Da geht immer noch vor. Ich habe eine große Einflüsse. Na, die sind noch nicht hier? So was ich dann cupid. auf jeden Fall aus der Führung. Ich habe ihn in Führung. Und da oben. So Leute, Runde 7. Also der Reifen vorne links, der sieht übel aus. So, hier hatte ich vorhin meine Schwierigkeit, jetzt wieder besser. Noch ein halbes Sekündchen Vorsprung für mich. So Leute, Runde 7. Da hinten verliere ich immer zu viel im letzten Sektor. Noch 3 Runde, Leute. Runde 8. Der Ferrari kommt näher. Ich muss da schon ganz anders fahren jetzt mit dem abgefahrenen Reifen. Jetzt kommt da leider der Ferrari. Fast schon zu einfach. Wie er da vorbei kann. Vielleicht ist er ja mit Mittel unterwegs. Keine Ahnung. Wie kommt der Nächste? Was ist das? Ein Honda? Ist mir bei der Startaufstellung gar nicht aufgefallen. So ein anderer Honda unterwegs ist. Was ist das? Ja. Und jetzt zieht er davon. Mal gucken, ob mit Windschirm noch was geht. Eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde Rückstand, eine Sekunde Vorsprung. Spitze. Runde 9, Leute. Das ist wirklich ein Honda, ja. Der kommt näher. Der kommt leider näher, Leute. Ja. 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 Ach nein, nicht hier! Naja, bald vielleicht auch selber still. Trotzdem fand ich es ein bisschen hart. Der Brechstange vorbei. Und es ist ein deutscher Fahrer, nur das mal am Rande noch erwähnt. Selbes Fahrzeug. Na ja, ich habe einen sicheren dritten Platz, Leute. Ich habe genügend Vorsprung. Jetzt reicht es aber gerade so mit dem Reifen noch. Vorne links, boah, sieht nicht mehr gut aus. Das letzte Runde, Leute. P3. Ja! So viel besser können die Reifen von dem anderen Honda-Fahrer vor mir auch nicht sein. Der ist da genauso langsam in den Kurven. Aber ich bin immerhin dran geblieben. Die sind auf jeden Fall nicht voll ins Weg gefahren. Obwohl ich mir hier natürlich sehr, sehr gerne den Sieg geholt hätte, aber dafür hat es am Ende dann nicht gereicht. Ich glaube nicht, dass die beiden sich jetzt da vorne noch irgendwie rausdrehen oder ich vorbeikomme. Das wird nicht passieren. Aber trotz Physik-Update ist der Honda immer noch sehr, sehr gut zu fahren. Tja Leute, die letzte Kurve. Am Ende gewinnt der Ferrari unglaublich auf der 2. Honda-Fahrer. Am Ende ich auf P3. Von 3 gestartet und Dritter geworden zu sein, ist doch gar nicht so schlecht, glaube ich. Für das, dass ich nicht allzu viel geübt habe. Doch, ich habe geübt, muss ich schon sagen, aber jetzt nicht im übertriebenen Sinne. Aber am Ende P3 hier in Japan. So, meine lieben Zuschauer, am Ende P3-Sieger hat sich hier noch bei den Podiumanwärtern bedankt. Also bei mir und bei dem anderen deutschen Fahrer. Was natürlich wieder komisch ist, Leute. Ich habe letztes Mal gewonnen. Da habe ich, glaube ich, 64, ne 60 Punkte gekriegt. Und heute Dritter auch 60. Als Sieger hätten wir 66 gekriegt. Also dieser Punktevergabe ist immer noch irgendwie, naja. Ich weiß ja nicht. Es ist halt, wie es ist. Aber ich möchte noch ganz kurz in die Wiederholung schauen. Denn ich möchte wissen, was die beiden vor mir für Reifen am Ende drauf hatten. Also gehen wir schnell rüber. Gucken wir uns das noch an. So, Leute, in der Wiederholung, in der neunten Runde. Und siehe da, der Ferrari fährt auch auf weich. Nur hat der einen ganz anderen Verschleiß. Schaut euch mal den vorderen linken Reifen an im Vergleich zu meinem. Der Fahrer hinter mir, der hat auch Weiche. Die sehen aber auch noch besser aus als meine. Also mein vorderer linker Reifen, der hat der komplett abgebaut. Und das ist am Ende mein Verhängnis geworden, ja. Darum war er hier dann auch schneller. Jetzt gucken wir uns gleich nochmal das Überholmanöver an. Das kommt hier nämlich gleich. Ah, Moment. Das war zu weit. Hier sind wir. Ich muss dazu sagen, ich bremse an der Kurve immer so an außen. Ich gehe dann innen rein. Okay. Fand ich unsauber. Also der hat mich ja sogar getroffen und berührt. Der hat sich vorbeigeschoben. Also, dirty driver. Sorry an der Stelle, aber muss ich wirklich so sagen. Und da war genügend Platz, um abzubremsen. Ja, da kann er schon froh sein, dass er mich nicht getroffen hat oder abgeräumt hat. Ich fand es auf jeden Fall nicht nice. Im Rennen war ich mir da nicht sicher, aber jetzt bin ich es mir. Und er hat sogar einen Frontschaden erlitten. Naja. Am Ende ist er trotzdem Zweiter geworden. Was soll's. Wir gucken noch ganz kurz, ob da... Boah. Der Porsche, schaut euch das an. Also die haben ja noch einen krasseren Reifenverschleiß gehabt. Vorne links nichts mehr. Aber, ah, da sind wir wirklich welche mit Mittel gefahren. Der Porsche hier. Dope 69. Cooles Kennzeichen. Das ist übrigens aus einem Film. Mittel, weich, mittel, hart sogar. Das ist sicherlich nicht die richtige Strategie. Mittel, auch Mittel. Die sind ja kaum abgefahren. Es sei denn, er war in der Box. Naja. Am Ende, Leute. Verdientes Podium, würde ich sagen. Für meine Wenigkeit. Ja. Hake ich so ab. War ein gutes Rennen. Warum nochmal fahren? Ja, könnte man Just for Fun machen, aber... Ich belasse es dabei, Leute, den dritten Platz da zu riskieren. Die 60 Punkte nehme ich an der Stelle doch einfach mit. Und wir gucken noch ganz kurz in den Rennkalender. Ich meine, wir sind nächste Woche Nürburgring. Bin ich mir fast sicher, aber mal wieder nicht hundertprozentig. Veranstaltungsplan. Doch, Nürburgring. Ha. Wer sagt es denn? Habe ich mir doch mal was richtig gemerkt. Nürburgring am dritten, achten. Also genau heute in der Woche bin ich auf jeden Fall dabei. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und ja, in der Punkteliste, Leute, ist es tatsächlich so. Genau, ich habe letztes Mal gewonnen, 60 Punkte. Dieses Mal dritter Platz, 60 Punkte. Also ich bin vom Punktenniveau her ein bisschen höher jetzt eingestuft gewesen. Für einen Sieg hätte es 66 gegeben. Aber sei es drum, das beste Ergebnis war immer noch in Runde 1. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es dann bei der vierten Runde weitergeht. Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich fand es ein mega spannendes Rennen mit den Porsches am Anfang. Am Ende noch mit dem Ferrari und dem Honda. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Schreibt doch, wie euer Rennen war. Ich hoffe es ging auch so friedlich zu bei euch. Und ja, dann dürft ihr auch noch gerne ein Abo da lassen, wenn ihr noch keins habt. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Rennen oder nächsten Livestream wieder. Bis dahin, Leute. Viel Spaß noch. Keep racing. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.